Das kann auch jemand von euch machen. Hauptsache, es macht jemand Calls. Ja, es bringt dann zunächst, wenn Smucks ein bisschen still ist und zwei Backstar-Waben und keiner sagt was an. Ja, sind gut. Enkel, auch wenn ich es nicht gesehen habe, lag es bei der Erde hören, dass die Calls mal ausgeführt wurden. Ja, ich ja. Aber wenn das jetzt dann nicht der Füße gegeben hast und nicht ich, dann bin ich pisst. Können wir gleich ausprobieren. Silverbolt, willst du mal bitte bei Russland? Um Calls machen oder? Ja, und bei Breus macht es halt irgendjemand. Hürde nach Russland, Kameraden! Na, Russland links. Links verschwind nicht. Zurückfallen. Zusammengleiben. Schlag sie! Also Russland, ich sitze jetzt gerade da. Äh, 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 ne. Neee! Neee! Ich kann nicht mal was dazu sagen, weil das einfach so ein... Eis war von euch, was ihr da gerade fabriziert habt. Silver hat ganz klar gesagt, äh, Russland, links push! So! Simco und ich stehen hier! Wo ist der Rest? Da! Da! Diese Richtung! Die laufen weg vor uns! Wir sind ja die Feinde! Nicht die Preußen, ne? Die sind bloß schwarz! Scheiß drauf! Diese Richtung? Gar nicht weit? Okay! Nein, nein, gar nicht weit! Bloß bis dahinten mapen! Ja, Simco? Oh, da sag ich, sorry, dass ihr so unnötig verregt bin, ob ich allein gelassen hab. Ja, passt schon, kann passieren. Ich bin auch zwei, dreimal über scheiß Range. Erstecktorin, dankeschön. Ähm, bin ich halt auch gestorben, ja, weil ich's in dem Moment zu spät geblockt hab. Auf jeden Fall, Leute, wenn einer die Calls macht, nicht ich! Ja, beispielsweise Simco, Bauxit, Senti, Silver, Latunix. Dann führt den Dreck auch mal aus und nicht, wenn es heißt Links push, wie gerade eben, dass zwei hier Leute, zwei gepusht werden von drei oder vier Preußen da drüben. Bild mal den Dreckspiff hier endlich aus. Kann's doch nicht sein. Nur, dass ihr auf mich, Maik oder auf Kuckuck hier hört. Er ist halt erzogen worden. Ja, oh, oh. Wenn wir nicht mehr neben oder gerade nicht hingucken können, dann muss es einer von euch machen. Ob es jetzt der Rang höchste ist oder der Rang niedrigste oder der gerade denkt, ach komm, ich nutze einfach mal, weil ich toll bin, ja. Egal, hauptsächlich immer macht die Calls. Silver, was los? So ganz dezent wäre es mal von Vorteil, dass es den Lautes erst mal macht. Also der, der einfach... Der, der einfach die Presse aufmacht. Scheißegal, ob ihr jetzt... EEM! Genau, deswegen schreie ich jetzt gleich. Ich schreie jetzt gleich, pass auf. Simco. Wäre ganz einfach von Vorteil, weil es der macht, der was sieht. Und das sollten eigentlich alle und das dann ansagen. Wenn man sieht, oh, guck mal, hier links sind wir gerade, was weiß ich, 3 gegen 2. Dann sagen wir mal jetzt den Links-Push an und am besten verschieben wir ihn auch, weil wir so eine kleine Linie sind. Dann sagt man das an. Fertig. Dann müssen wir das noch machen und man gewinnt den Charge. Schrauben wir das mit Hohlen. So Russland schön grampeln. Kommt graben, graben, graben. Graben, graben und ein bisschen nach rechts gehen. Die Beste nach rechts verschieben. Nach rechts nach rechts nach rechts ganz, und drauf, rechts drauf rechts! Rechts drauf rechts drauf! Alles geschafft! Rechts weiter drauf, rechts weiter drauf genau und jetzt grampeln. Tucht euch zu zweiter Runde, zu dritten einen! Ich sag dann zu zweiter Runde. Achtung! Links! Genau! Immer schön blocken! Ich will keinen Verlust! Einer blockt, zwei Doppeln! Sorry Bremse, ich wollte dir helfen, aber du warst schon tot und dann bin ich auch gestorben! Stopfen! Ruhe! Stopfen! Hallo? Friedrich? Ja, bitte! Was ist am Stopfen nicht zu verstehen? Weiß nicht! Stopfen heißt, einstellen! Meine Fresse, ey! Keiner beim Bund gewesen, ne? Dodge! Schiisch... No... Fliegel, das sind so die Kinder. Brustlande, seit der Unterzahl links zurück fallen, nach rechts verschieben, rechts pushen, gemeinsam. ZTG mit dem Team, du bist alleine. Ich bin nur dir. Ich krieg aktuell auch die besten Pokes hin. Auch ein Treffer ist genug. Töten, solange ihr ihn trefft und verwundet ist es ok. Pokes aber kein Verwunden. Kommt noch einer? Euer Report? Hallo? Ja, tu nix. War das? Ja, tu nix. Ne, wer gerade hier im Hintergrund gelacht hat wäre schon Hunger. Ja, tu nix. War das meine Schwester. Au ja, machs mal bitte von mir ab. Ne, Spaß. Äh, äh, ja, na tu nix, genau. Jetzt wusste ich gleich, jetzt nicht da. Oh! Ich scheibe noch. Schaasch! Wir sind in der Reisegruppe. Los, Land, die Lücken sind viel zu groß. Geht gemeinsam über rechts, links weg. Rechts push, rechts push, rechts push. Na links weg. Einer ist in der Mitte. Mach dir weg, Bauxit. Achtung, da kommt noch einer. Komm dir, ok, ich komm dir nicht helfen. Doppel den. Einstellen. Beide Duelle. Bei G1 kann ich mich nicht mit Einschlag, beide töten, Alter. Soll ich mich verarschen, Bälle? Wer hat, wer hat gewonnen? Ja, keiner. Meine Mutti. Meine Mutti. Kreis hier ein. Ich bin sicher, Blau. Den Clip war jetzt echt unnötig. Bisch auch noch dabei. Ah, du bist auch noch dabei. Da raus. Der Baum ist unfair. Ja. Ja, egal. Ja, da pfff. Ich tu denn so hinten rum. Stopp. Das ist nicht grad Stopp? Ja, nee, nee. Das war nur ich, weil jemand auf mich losgegangen ist, obwohl ich... Boah. Überhaupt nicht mehr im Kampf verteidigt war. Nein, meine Minerle. Ich verstoppe auf zu sparen. Scheiße, meine Minerle ist weg. Das ist jetzt nicht toll, nee. Start! Hör mal, hör mal. Hör mal, hör mal, hör mal, hör mal, hör mal, hör mal. Ne Felsse. Wieso steht ihr zufrieden mit ihr hintereinander und pusht auch noch? Nein, wirklich. Lass doch nicht weg, Spam. Felsse. Zusammenrusten. Ey. Michael, bitte mal sterben. Rekka, sehr gut. Hast du sehr gut gemacht, Rekka. Ja komm, du, 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 du. Du Lappen. Ich hab überhaupt... Ich TP mich? Ich glaub ich bin der einzigste Admin auf dem Server, der sich nicht TP'n würde. Du, du, du warst grad dreimal vor mich. Ich hab dreimal auf dich eingestochen. Ein Hit und zweimal hab ich dich durchgestochen. Da kannst du mal sehen wie scheiße du bist, was? Ja ok, danke. Bitte. Ich war wenigstens... Ich war, ich war... Ich war in der Feldküche, ja. Aber ich... Weckt sie am wenigstens. Ich brauch nie kaufen. Schau, wenn jemand so ziemlich leicht passt. Hör das Vaterland! Oh Gott! Gibt's auf die Fresser, höchstens. So! Links, Ruster. Jetzt Ruster nach rechts verschieben. Rechtsüberflüge und drängt sie gegen die Wand. Links halten, dagegen halten. Jetzt Pushten gegen die Wand. Pushten, Pushten, Pushten! Aua! Dann werden wir einfach wegmachen. Beilt euch befordert, dass es already started wird. Ich schon, ne? Ach man. Ja, das dachte ich mir auch grad. Was? Wie geht's bei dir? Wie geht's bei dir? Wie ist bei mir? Hä? Ja, wie's dir geht! Geht schon, wer raus? Dann Antwort geht schon. Wie ist das Passwort? Immer noch dasselbe. Hm. Ich hab gehört heute Rocket League. Hm. Heute Abend. Ich so auch. Hm. 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 Ich weiß die Leute, die erstmal drei Zellen Spacer machen, damit man nochmal Excel raustaten muss und das nicht so lesen kann. Kann nur lesen und ist ein Server. Ja, eben. Er gehört hart. Er gehört hart. Er gehört hart. Also Vogelherz auf Englisch. Ich bin noch mit dem alten Pw-Rat drauf gekommen. Hey, was willst du denn immer mit Schnee? Ja, Schnee ist doch toll. Geht schon Zeit. Geht schon Zeit. Geht schon Zeit. Hey, ich dachte im Koal ist die da. Der kam jetzt eben. Der ist nicht da. Ja doch, er ist eben doch da. Ja. Genauso im Koal. Ich dachte, er kam jetzt eben. Er kam und sah er siegte. Äh. Was? Hoffentlich wieder ein Flangenträger. Problem ist, ich glaube ich muss gleich weg. Na ja klar. Ich glaube ich muss dich wieder degradieren, Bremse. Nein. Mike? Ja. Hoffentlich einen Flangenträger. Ich bürge für meinen Mandanten. Glaube ja. Wer soll das machen tun? Evidentiv nicht du. Das ist richtig. Das ist richtig. Von mir aus macht's. Ist mir egal. Solange du die Fahrt mit dem Arsch trägst, ist alles noten. Und weh, du lässt sie immer fallen. Challenge exakt. Okay. Der Befehl wird überfallen. Dann renne ich mit der Fahne in charge. Im Arsch. Ich hab gesagt im Arsch soll sie sie tragen. Ja und ich hab gesagt, dann renne ich sie mit der Fahne in charge und halte sie am besten noch so, dass sie dir im Gesicht rumwedelt. Ja. Das wär ja nix neues. Hat man ja schon. Dann die Gegner am besten auf die Fahne schießen und dich off ihr aimen. Jo. Oh. Dann haben wir es. Okay egal. Ich wiss wo ich gerade an. Gegen wen ist heute das Event? Ähm. Wie oft warst du bei Freitag selbst dabei? Gegen. Oh. Demons ist gut. Franzel hörst du mich? Ja. Ich höre. Sehr schön. Ich war schon häufiger dabei. Ja auf jeden Fall. Dann guck doch einfach gleich wenn sie da sind. Hallo Infanterie. Bitte heute nochmal den Jägerversammlungschannel mit in den Whisper reinnehmen. Wirst du wieder das alle mithören? Ich will auch mithören. Nein. Dankeschön. Jo. User left your channel. Also Rekka dazu muss man jetzt aber sagen dass Kugou das schon mal demokratisch abgefragt hat und es war eine hundertprozentige Einstimmigkeit dass wir ja gesagt haben. Ich weiß. Und es wurde gesagt dass es mal in die Wege geleitet wird. Ja mal. Das ist ja dem wahrer Begriff. Ja. Ja ich kann... Mike willst du mal? Wie wärs mit heute? Ja dass die... Hier Leute mithören. Ist auch so egal solange es mir hier auf den Sack geht. Oh. Denk doch mal an die positiven Aspekte. Ja pscht. User left your channel. Er hat jetzt so gemacht damit alle hören wie er aus dem Channel geht. Mhm. Tieflug. So dann hau. Das kann ich schon innerhalb für die Art hier. Jedenfalls nicht für die österreichische. Tch. Tisch. 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 Bang. Das ist der Täufer. Offensichtlich nicht. Erst beim Militär. Mike, du fragst... Du fragst, ob Henning nichts zu tun hat. Erst beim Militär, natürlich hat er nichts zu tun. Schön, dass er ist. Das hier, wenn er nicht... Warst du jemals beim Militär? Nein. Dann halt die Schnauze. Es ist einfach, dass man die falsche Person, bei deren Anbeseite du das angesprochen hast. Es ist nur toll, weil ich hör aus die ganzen Zeit... Guck mal, da hört das jeder. Ich hab ja keine Ahnung. Ich hab jeden Channel drin. Also Mike wird's wahrscheinlich wissen. Was? Er hat alle Channels drinnen? Will jeder zuhören? Ja, ich hab die Kaffer auch gesagt, sie wollen mit rein. Das stimmt, ja. Die Kaffer hab ich auch drinnen. Ich hab die Kaff drin, die Arti, Jäger... Genau. Die Arti möchte auch, oder? Ich hab sie einfach mal mit reingefügt, wenn nicht. Ist mir egal. Aber ich meine, haben sie diesmal 10 Minuten vorher mit einem Matchchanger angefangen. Achso. Ne? Selva, und so, gut. Ne? Ja, du sie doch halt mich an meinem Bauch. Aber das sind die Impfmittel rein, viel kein Würge...